Sag mal, geht euch das auch so? Manchmal sieht man irgendwas und denkt sich, na ist das ein Zigzag? Ist das vielleicht ein Impuls oder vielleicht doch eher ein Flat? Na gut, das sieht man nicht nur in der freien Wildbahn, sondern natürlich auch an der Börse, wenn man ein bisschen das Auge hat in Richtung Elliot-Wellen. Viele von euch wissen, das ist eine meiner Lieblingshandelsansätze oder Ideen auf den Markt zu gucken und viele von euch versuchen es ja ebenfalls und deshalb freut mich es umso mehr, dass viele Fragen mich diesbezüglich erreicht haben. Mensch, sag mal Rüdiger, wie siehst du eigentlich die Unterschiede? Wie kannst du dieses oder jenes erkennen und wie handelt man das? Viele Fragen dazu haben mich erreicht. Grund genug dazu ein bisschen ein Special zu machen, das will ich mit euch gerne angucken. So auch heute um 18.30 Uhr, wie jeden Mittwoch um 18.30 Uhr in der BMP Paribas-Born-Akademie werden wir auf genau diese Verhaltensmuster hier hinten mal gucken. Wenn der Markt sich so in dieser Form in etwa bewegt, was lässt sich erkennen? Wie lassen sich Fehler idealerweise vermeiden und wie lassen sich daraus schöne Handelssituationen finden? Das werden wir natürlich an vielen Beispielen durchexerzieren. Wir werden uns die wichtigsten Märkte angucken, viele Wünsche, die ihr schon geäußert habt. Also es ist Grund genug, mit dabei zu sein. Deshalb www.bornakademie.de. Ich freue mich auf euch. Und ich genieße noch mal ein bisschen diesen Ort und werde wahrscheinlich das ein oder andere noch mal entdecken, was es hier zu entdecken gibt.